Cocktail 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 bench tempo greife Wie war Viener, wo er alles tat? Er hatte Schulden, den er trägt, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief, na come and rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, die Kase hatte Flair. Er war ein Betuose, war ein Rocky Idol. Und alles rief, na come and rock me Amadeus, do it. Amadeus, 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 Amadeus. Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastik Money in den Modepanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Einer war ein Betuose, war ein Rocky Idol. Und alle surfen und hat ja, come and rock me Amadeus, do it. Amadeus, 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 Amadeus! Amadeus, come and rock me Amadeus. A-A-A-A-A-A Ich bin der Böse, der Böse, der Böse, der Böse, der Böse. Ich bin der Böse, der Böse, der Böse.